Hier, Moin, Kinders. Was geht denn bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO-Video. Ich hab ein paar Fragen an euch, die andere YouTuber betreffen. Und zwar, schaut ihr andere YouTuber? Und vor allem, schaut ihr andere CSGO-YouTuber? Und wenn ja, wen schaut ihr da so? Sind euch jetzt Namen wie Bibanator, Forti, Tchillux, Begriff? Sagen euch diese Namen was? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, äh, was? Ich schub mir Hello Kitty. Diese Frage ist aufgekommen, weil ich in letzter Zeit immer öfter sowas geschrieben bekomme, wie, hey, deine Videos sind ähnlich wie die von ihm und jem und selben und du kannst gut mithalten. Toll, fast. Genauso gut, anders, äh, Lirum, Larum. Ja, solche Sachen bekomme ich geschrieben und da würde ich doch gerne mal wissen, wo ihr denn eben so im Hauptteil rumschaut, wie es bei euch damit aussieht mit anderen CSGO-YouTubern. Hallo Monsieur, nein, nein, nein. Oh, da kommen sie von der Seite angeschissen, das muss doch echt nicht sein. Oh! Ja, das wäre mal eine interessante Forschung. Und des Weiteren würde ich gerne wissen, ob ihr findet, dass ich mich vielleicht auch mehr oder öfter bei anderen, also jetzt gerade bei den genannten YouTubern, umschauen sollte. Es gibt immer wieder Dinge, die passieren, also in CSGO eben, und ich krieg davon nicht so arg viel mit, beziehungsweise krieg davon erst später mit. Also meistens durch euch, durch meine Zuschauer. Ihr schreibt dann sowas wie, hey, Biba hat getwittert, Forti hat gesagt, Trilux hat gemacht, und dann weiß ich erst davon. Meint ihr, ich soll öfter reingucken? Um mich auch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten? Oder findet ihr, so wie ich das mache, also so auf meine Hans-Wurst-Art, passt das. Ich hätte auf jeden Fall während dem Thumbnailer-Stellen Zeit, in Videos reinzuschauen. Also ich höre da meistens Musik, aber ich kann auch genauso gut, haha, genauso gut, na. Ja, genauso gut einfach Videos schauen. Und mich ein bisschen fortbilden. Oh no, dude, oh no. Willst du nicht den Headshot futtern, mein Freund? Ich hab grad voll gespuckt, das habt ihr nicht gesehen. Was? 75? Diese P2000 ist einfach, ah, ist einfach nicht meins. Damit geht's einfach nicht. Komm, Headshot, Headshot, er drückt mit Headshot, ich aber ihm scheinbar nicht. So, jetzt aber, komm, jetzt geht er, na also. Nein. Oh, Monsieur, haben sie etwa einen Knife? Ne. So muss es laufen. Genau so muss es laufen. Einfach ohne, oh, der hat sogar noch fett gefuttert. Ohne jegliche Gegenwehr, warte mal, da steht doch jemand. Ne. Ja, wie seht ihr das, was sagt ihr dazu? Wie sieht das bei euch aus? Wen schaut ihr? Wen kennt ihr, was macht ihr? Und, äh, macht ihr das auch nachts? Ne, 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 du kleiner Sack. Ne, 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 ne. Oh, hier hab ich die, hab ich die. Wie, hab ich die Ding übersprungen? Die, die, die M249 Kartoffelschleuder? Oh, schiesel, my friend. Oh, hallo. Das könnte leicht schwierig werden. Ich denke, der dreht sich gleich um und sieht mich. Hallo. What? War der low oder was? Was ist mit dem los? Zicker schreibt er, zicker. Das heißt, so viel wie gut gemacht. Dankeschön, dankeschön. Ja, wie sieht es bei euch so aus? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Und für einen von denen, die jetzt noch da sind, gibt es noch ein kleines Schmankerl, weil ihr immer so schön bis zum Ende der Videos durchhaltet. Und zwar, gibt es dieses ultra coole Musik-Kit? Könnt ihr mich noch hören? Das ist so laut. Wenn ihr das Ding gewinnen wollt, dann schreibt ihn in euren Kommentar einfach irgendwo Mord. Ihr könnt es entweder einbauen in den Satz oder einfach nur am Ende hinten dran klatschen. Aber versucht es irgendwie beiläufig zu machen. Und schon könnt ihr das Teil hier gewinnen. Ich werde in ein paar Tagen dann den Gewinner direkt anschreiben. Hier unter diesem Video auf seinen Kommentar antworten und sagen, du hast gewonnen. So wie wir es halt immer machen. Dann frage ich nach dem Trade-Link und Pipapo. Ja, vielen Dank fürs Zuse, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.